hallo leute willkommen zu einer neuen folge clash of clients ich fange heute extra für euch noch mal neu an wie sehen könnt ihr es zum video willkommen heutigen wir haben schon auf dich gewartet ja sehr schön dies ist ein neues dorf wunderschön nicht wahr das leben wäre wirklich perfekt wenn es da nichts wenn es ja nicht okay gehen wir jetzt mal auf den shop der kanone kaufen platziere die kanone im dorfzentrum wir müssen das rathaus schützen ok leute obwohl das steht dass wir jamen müssen wir jamen bitte nicht wir haben uns alle jams auch für was wichtiges wir können da ruhig diese zehn sekunden warten das wird uns auch nicht im leben ändern das empfehle ich euch nur und ja ich will niemand sehen okay gar gar sie sind da haben eben zwei kanone beim erster schuss zweiter schuss dritter vierter was dann unlogisch ist der kobolde erst aus lud gehen dann erst auf verteidigung aber okay puh das ist knapp danke häuptling magier hat die man erste brot aus fünf glaube ich kriegt diese magier sind vom elfen beim turm sie sind hier uns zu helfen nehmen wir die das kubel zu kubel auseinander okay angriff das kann man mal so machen ne ja okay es lädt jetzt erstmal ein bisschen okay hier brauchen wir auch nur zwei magier zu setzen obwohl da steht dass sie sie alle verwenden sollen setzt bitte nur zwei hin irgendwann mal könntet ihr im notfall gebrauchen dann habt ihr sie nicht und könntet pokale verliehen in den späteren angriff ihr seht haben wir schon 50 fortschaft geschafft unsere lager da oben sind auch schon voll weil wir wahrscheinlich noch keine haben okay dann kann mir mal zurück zum dorf das kann man ja machen und es lädt und es lädt ach da sind wir wieder okay was willst du wow gut gemacht jetzt müssen wir nur blablabla den blablabla indem du einen zweiten bauarbeiter ach ja okay für bauarbeiter müssen wir sogar ein gem ausgeben das ist sogar das einzige wofür ich auf 250 ja das ist auch das einzige wofür ich das ausgeben würde und dafür lohnt es sich auch wirst du jetzt schon wieder elixir ist notwendig um truppen auszubilden und viele gebäude zu errichten okay stopp du kannst elixir blablabla oh ja unser erster sammler nein auch da nehmen wir uns die 10 sekunden und ignorieren mal diesen großen fetten gelben pfeil dann wir brauchen die juwelen wenn ihr ein höheres radhaus seid und ja Leute hört man nicht gut ja na hoffe ich auf jeden fall okay shop und jetzt ein elixierlager nochmal 10 sekunden darauf können wir auch nochmal warten es wird uns nämlich nichts im leben verändern ob wir 10 sekunden oder 5 sekunden warten in diesem fall sind es jetzt nur noch 3 sekunden 2 1 ja blablabla juck mich nicht was du sagst ey ja shop ey lager da also wäre ich euch gewesen hätte sich jetzt alles gejammt aber ich bin jetzt rathaus 9 ich habe eine gute base und ich weiß wie wichtig jams sind wenn man ein höheres radhaus ist und deshalb benutzen wir sie jetzt nicht ich möchte mir rathaus abgehören warum geht das nicht why why auch da waren wir wieder 10 sekunden wieder wertvolle 10 sekunden dieser folge der schläft okay leute jetzt können wir mal trocken ausbilden äh ja wir können ganze acht barbaren immer hin machen wenn ich mich richtig erinnere und ich habe wenig akku na toll ja da gen da gen wir mal ja 14% akku ja das ist nicht gut das ist gar nicht gut aber danke so jetzt lädt er ja jetzt lädt er jetzt können wir wieder weitermachen wir sollen jetzt angreifen ich glaube jetzt danach könnten wir eigentlich auch selbstständig spielen dann sind wir eigentlich befreit von dieser von dieser Frau da befordern okay dann setzen wir da jetzt mal ein paar barbaren und dann warten wir mal ab gut wenn ich das rathaus dann auch gleich upgrade dann können wir auch diese folge langsam beenden okay okay perfekt ach ne großartig jetzt kommt es perfekt ja leute so sieht es aus okay ach kein problem damit direkt lala ake lala 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 Okay, Leute. Jetzt gode ich mal ab. Und auch hier warten wir 10 Sekunden. Und dann haben wir das Rathus auch schon auf Level 2. Da bende ich die Folge auch gleich damit. Und wir sehen uns dann. Nächste Woche, würde ich sagen. Okay. Okay. Ja, das ist sehr schön jetzt, natürlich. Ja. Ich kann jetzt einständig spielen. Ich brauch deine Hilfe nicht mehr, aber Dankeschön. Clash Con, ja, da würde ich auch gerne. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute. Abonnieren.